So meine Freunde, das Event wird jetzt starten, ja Leute, das Event, beziehungsweise ein weiteres Erdbeben. Heute Abend ist es dann soweit, wird dir dann tatsächlich die Hand rauskommen. Das Loch in der Mitte hat sich deutlich vergrößert, also man sieht da deutlichen Unterschied, dass die Risse und allgemein dieses wunderbare Loch größer ist. Der vierte Lava-Riss ist aktiv, jetzt fehlt nur noch ein Riss mit Lava und dann kann heute Abend ein Warnbeben plus die Hand kommen. Werden wir natürlich streamen und jetzt einmal nochmal das letzte Erdbeben, beziehungsweise ein weiteres Erdbeben mit einem Zurück-Schaller-Effekt, ne. So nice, so nice hier, wow. Und ihr merkt Freunde, das sieht mega aus, die Lava, die Magma dampft hier drinnen, ne, die dampft und wir sehen hier eindeutig, dass hier diese Risse sehr, sehr nice sind. Ne Leute, hier genau das Loch ist deutlich größer, wenn man hier drinnen steht, also das merkt man eindeutig. Man kann durch die Risse schon richtig durchlaufen, das ist der letzte Lava-Riss, der hier noch fehlt, die anderen dampfen und natürlich ist auch der vierte dort angegangen und ich muss einfach sagen, es sieht mega, mega nice aus. Ich hab da richtig Bock drauf, wir werden das Ganze, wie gesagt, streamen, lasst gerne ein Like und ein Abo da und jetzt würde ich sagen, war's das gewesen. Haut rein, euer Schwerle und ciao. Haut rein, euer Schwerle und Schwerle. .